was geht freunde ja was steht heute auf dem plan erstmal werde ich jetzt zum mittag fahren zu meiner oma und dann muss ich hier zu hause heute ein bisschen was helfen aber dann werden wir noch ein paar fotos bearbeiten da nehme ich euch dann auch wieder mit und ja mal schauen was noch so dann auf dem plan steht auch vielleicht kommt heute auch sogar meine drohne schon schauen wir einfach mal aber jetzt ziehe ich mich erst mal um und dann geht zu meiner oma so ich bin jetzt hier den leuten bei meiner oma mein opa und ja wie schon gesagt wir werden jetzt hier mittag essen und dann fahren wir wieder nach hause und dann werde ich mal schauen erst glaube ich die arbeit noch zu hause machen und dann werden wieder fotos bearbeiten ja genau ich kann euch ein paar coole aufnahmen mittagessen machen jetzt aber auch nicht so viele so ja ich bin schon eine weile zu hause habe auch schon alle aufgaben hier erfüllt ich zu hause machen sollte da habe ich euch jetzt nicht so mitgenommen weil das war jetzt nicht weiter spannend ich werde jetzt hier das video hochladen was ich mache jetzt noch das titelbild für das video das wird heute natürlich auch nicht ganz so lang gehen aber das hat ja auch ein grund aber das werdet ihr ja sehen ist auch ein bisschen traurig das ist ein bisschen ist schon traurig das video ja schaut gern vorbei ich mache das video jetzt fertig und dann melde ich mich wieder bei euch und dann also ich habe jetzt schon zeitlang nicht mehr gemeldet aber es ist auch nicht wirklich weiter was passiert ja wie gesagt da draußen geholfen und jetzt werde ich hier noch die fotos weiter bearbeiten da kann ich euch hat man keinen zeitraffer machen ja morgen kommt dann schon die drohne da mache ich euch dann weil ihr habt es euch ja gewünscht ein unboxing video also wichtig auspacke und ja das werde ich dann wahrscheinlich auf youtube und auf instagram hochladen also auf youtube als normales video und auf instagram dann 1 g tv könnt ihr auf jeden auch abschicken und dann werden wir auch zusammen die drohne das erste mal austesten gehen hoffentlich werde ich nicht gleich von einem baum versenken oder so aber ich war schon ein paar schöne spots und ideen wo ich euch dann auch den nächsten tagen cooles wheel auf instagram macht könnt ihr mir hier gerne folgen damit ich sagen haut rein und bis morgen ach und vergesst nicht ein abo da zu lassen ein like oder kommentar ich freue mich über alles